Da gibt es natürlich auch viele, viele Möglichkeiten. Heine, wer ist deines Erachtens wohl der beste Jodler der Welt? Für mich? Für uns Olli? Ist der Franz Lang weiter fest. Und ich glaube, so lange wie der jodeln kann, bleibt er der Beste. Ja, und den haben wir heute eingeladen. Unseren Franz Lang, den haben wir eingeladen. Einen Jodler höre gern, unser Jodlerkönig Franz Lang. Einen Jodler höre ich gern, aus der Nähe und von der Fern. Mit der Liebe im Herzen drin, singt in jede Sönderin. Darum zieh ich jedes Jahr in die Berge, das ist klar. Und ich sing mit frohem Sinn, weil ich dann in Urlaub bin. Und ich sing mit froh. So ein Fluchler, der mir leidt, der bringt Stimmung und macht Freude. Wie ein hellnerer Sonnenschein leuchtet er ins Herz hinein. Überall im Alpenleid ist ein Junder wohl bekannt. Immer wieder singen Sie, diese Junder melodie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020